Josef hat sein Kuschelnest total gerne. Er fühlt sich darin geborgen und entspannt. Wir verwenden es in seinem Bettchen und auf der Krabbeldecke. Dadurch, dass die Füße hochgelagert sind, kann er nach seinen Zehen greifen. Ich kann mir vorstellen, das unterstützt ihn dabei, das Sitzen schneller zu erlernen. Wir haben ihn auch schon auf den Bauch gelegt, dann versucht er nach Dingen zu greifen.